hallo hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge ich habe ja gestern oder in der letzten folge ich hoffe ich habe das alles richtig alles richtig hoch gelernt habe ich ja lille ist abgeschlossen und heute machen wir was weiß ich weiß es ich weiß nicht oh gott lazarus wir machen lazarus delirium muss mit gucken es ist der lümmel genau jetzt sehe ich erinnere mich ein wenig erinnere ich mich ihr möchtet möchten wir leben verlieren auf der ersten ebene ich habe vergessen wieder funktioniert hallo hilfe die tote katze iphone pilz ferns hill the end so jetzt muss ich mal gucken ok ich weiß nicht ob das gut war keine ahnung aber wir können uns jetzt ein bisschen wir können uns das war der ist eine ausbeute die verhält mir ich quietsche so du auch weg du ja genau das fängt ja gut an das wollte ich gar nicht aber gut du mal hier 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 spät richtig für der ausbeute hier oder war es gehen ab gehen ab lasst die blad die klopfen nämlich damit hier oder oder wie sieht das aus wir machen erstmal hier genau warum nicht ab nichts zu verlieren experimental pill gut dann haben wir das durch das ist echt gut kann mich nicht beschweren ich kann mich mal nicht beschweren genau ruhig pupis machen das ist gut für mich schlecht für euch gut für mich meine angriffskraft wächst bis sind's unendliche leider nicht na klar hp abnehmen wir mit dann machen wir uns auch keine sorgen mehr darum und wegen 33 my darling aber wir machen erstmal den hier dann gehen wir weiter und dann hoffen wir auf dem der will der nächsten also der devil die alles gesichert aber weiß was sie meine weiß was ich mal so was bist du das war dumm woran fragen und schlüssel aber das geht ja noch war ich hätte gerne eine bombe sehr gut sehr gut ja meinetwegen aber dann können wir auch mal direkt weiter gehen zu dem dudewino gut 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 nichts passiert nicht passiert ausgezeichnet das ist ja wirklich ich bin gespannt bis jetzt camps nö nö so wie Nashartner nach oben wir gehen hier hoolse coercit ja okay so genau dich brauche ich ausgezeichnet das ja 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 leck mich doch es fing so gut an machen wir jetzt nicht schwach ja okay es macht mich schwach so manchmal deine kugeln ja brauchst nicht übertreiben wo die eine kugel wäre er hätte vollkommen gereicht alter ja es sieht noch ganz gut aus hallo irgendwie bin ich doch gar nicht so stark so jetzt bin ich gespannt das ist müll dann gucke ich mal ob irgendwas gutes im shop ist weil das kann ja nicht sein dass ich hier nur wegbekommen zwei devil die jetzt beides misst du hier ich werde so was kann denn birthright mit lazarus platinum gott gott da lazarus every time da gibt es wie viel ach so okay man kriegt 21,6 damage dazu aber es verschwindet nach einer zeit zwei die die das ist die die Gefährliche Sache hier. Das ding ist gut ne. Machst du nicht. Übertreib nicht. Was ist denn los mit dir? zum rad ab warum nicht hallo hallo gut war nicht so geplant habe ich habe sowieso nur einen schlüssel also nein nicht du versuchst mir doch immer alles mal gucken sind wie viel nur eins das war keine gute ausbeute so 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 ok ich versuche es obwohl es wird nichts müsst ihr denn hier sagt naja das wird nichts gehen wir hier moin meiser so ich hab ja genau so joker ja 2 von 3 das ist gut das ist gar nicht mal gut so schade sehr gut sowohl da muss ich ja anscheinend gut nicht gut mag euch nicht geht weg Hilfe Hilfe warte mal ist das jetzt schon bin ich jetzt schon bei Mutti Mutti ich muss aufhören zu fluchen es geht so nicht weiter ich krieg das denn alles cool alles cool alles cool nächster ich habe jetzt kein turn drauf nochmal gut danke und hier ist eine kiss nein ich möchte das behalten ich habe nichts gesagt ja 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 das war schwachsinnig hier was bist du da ist der shop muss ich so wo bin ich denn jetzt die von xl heißt es schon bei Mutti ich weiß es nicht sehr gut sehr gut oh Gott das Herz unbedingt ist mir egal was macht ihr denn hier sehr cool oh Herzen das ist eine 10 von 10 Erzen dürfen ruhig mehr oh 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 geht doch einfach weg bitte 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 nein 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 oh Gott ich brauche meine Herzen nicht man es wirklich nicht das macht mich fertig was mich auch fertig macht ist ich weiß nicht auf welcher Ebene ich jetzt bin habe ich hier schon oder nicht ach Gott oh Gott genau gib mir mal bitte das dann mache ich nämlich einfach so dann gehen wir hier rein weil ich es kann nein nein und das ist jetzt so weitläufig hier ach man alles klar danke Frage erledigt ich kann gehen tschüss habe ich noch ja das kriege ich noch hin easy okay warte mal tatsächlich wird verrückt was gibt es hier nichts ich glaube es hat geht bitte alle weg von mir gut so könnten sie mir bitte einmal genau gut 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 oh ja oh 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 ah nicht gut nicht gut nicht gut jetzt muss ich überlegen damage ja ne ich nehme damage mit einfach nur gut einfach nur gut einfach nur schlecht sind auch in der engen ne nehme ich dich mit nice nice wenigstens etwas ist doch gut wie schwer kann man sich da jetzt eher weniger mal gucken vielleicht kriege ich noch irgendwas was mich total umhaut es wäre ja wünschenswert ja nein nein nicht okay ähm wo war denn die andere korde hier hatte ich noch was oder was war noch irgendwie was so mal gucken das interessiert mich alles nicht nicht so so ja ich merke es gerade selbst ich sollte aufpassen oha oha so wenn ihr mich jetzt fragt was hättest du gerne als item würde ich sagen da haben wir jetzt richtig cool leben ist kein pony hoch ne so hier hin gehen wir doch hin jesus juice juicy ich brauche einen kaffee bin gleich wieder da mach jetzt kaffee ist wieder da vielleicht bekomme ich hier soul hearts raus vielleicht bekomme ich hier soul hearts raus oder auch nicht dankeschön danke für nicht boah hier vielleicht nein nein hier war doch gerade doch junge junge ich hab's gesehen schwing 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 ich bin ich bin es haben Ja, warte. Ich komme. Okay, jetzt bin ich gespannt. Müll. Mist, Mist, bitte. Bitte. Lass eine Batterie. Scheiße. Oh, übertreibt nicht mit eurer Ausbeute. Da ist ein Soulheart. Ich sehe das... Also ein Soulheart nicht, aber... Ein Tinti-Drock. Leider nein, leider gar nicht. Was? Was? Oh Gott. Ist das jetzt gut oder nicht? Oh Mann. Oh Mann. Ich nehme mich noch mit. Keine Bad-Way? No. No Bad-Way? Okay. Aber wir... will mich da jetzt nicht zu doll beschweren. Alrighty. Hallo. Oh. Ich hätte Pyromania mitnehmen sollen. Hält mir gerade ein. Ah. Hm. Naja. Passiert. Und wenn ihr euch fragt, warum macht er denn Hasch? Hat er doch schon. Ja, aber das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Delirium bekomme. 100% nicht. Ja. Mhm, 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 mhm. Oh Gott, jetzt muss ich wieder einen Sweetspot finden. Hier. Oh Junge, oh Junge. Ich fühle mich grad sicher, bin ehrlich. Super. Kommt, Splash Dingens. Oh Mann, oh. Los. Jawoll. Easy. Oh Mann. So, weiter geht's. Zu Lidl. Ich habe Nachrichten. So, so. Let's ask. Komm. Los. Gut. Das ist mir zu gefährlich. Die Sonne. Die Sonne, äh, ui. Ah, was, was passiert hier? So. Das war gut. Ei, 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 ei. Das war gut, das sind der, der wäre da gewesen. Jetzt, ich, äh, das ist gut, dass ich da nicht hingegangen bin. Oh mein Gott. Der hat mich zerpflückt. Ui. Ich hab gar nicht mehr so viel. Oh. Oh. Ich hab mal wieder nicht überlegt. Das kommt ja öfter vor. Nicht? Brauchen wir noch eine Bombe. Bitte. Eine. Eine Bombe. Nein. Keine Bombe. Nein. Schwing. Schwing. 달라. Hi. Mhm. Mhm. also manchmal weiß ich nicht so recht was diese spiel mir damit sowas sagen will hier in dem geld was soll ich damit das weiß ich nicht aber nimm es doch einfach aber ich hatte lieber was cooles aber ich hätte lieber was cool ist irgendwie hätte ich es gerne mitgenommen aber irgendwie auch nicht so nein obwohl pillen kann ich jetzt aufnehmen vielleicht finde ich ja noch irgendwie schwingt hallo tschüss hasse dich weiß ich nicht digga muss das dankeschön jetzt ein rucksack ne jetzt ein rucksack sieht wer was hey aju ok cool was mache ich denn Wir sehen uns beim nächsten Mal. ich hätte gerne gruppen gruppen grupp ich gerade gar nicht in panik was bist du joker ich brauche keine joker auch keine stars was bist du hängt man auch nicht die für die ready keine show so ich habe jetzt alles durch ich habe ja ja ich muss echt also ist ein bisschen gefährlich gerade das schaffe ich nicht also ich könnte jetzt darauf hoffen dass ich doch also ich könnte darauf hoffen dass ich eine karte bekommen ich glaube die klinik ok suchen wir weiter nach potenziellen da ist wer ich habe es gesehen ich hoffe ich gesehen vermalledeit ja ja Okay. Okay, 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 geil. Wenigstens etwas, ne? Wir wollen uns ja hier letzter Raum. Du will. Äh, dann, boah, hier waren auch noch Karten, oder? Ja, stimmt, war hier noch irgendwo eine Karte, die mich... Ich sehe da eine Rune. Ich glaube, auch wenn ich den Part verkacke, ich werde ihn hochladen. Ich habe mir da jetzt so viel Mühe gegeben. So, was ist das hier für eine Rune? Eine Perso-Rune. Okay, okay, jetzt wird es wild. Es wird wild. Es wird nicht wild, weil das geht gar nicht, was ich vor... So, hier? Nee. Hier? Nee. Hier? Ja. Okay. Dann gehen wir nochmal in einen Bossraum. Und... Ja, genau, Bossraum. Hier was? Nee, das habe ich mitgenommen, war? Jo. Hm. Mhm. Genau, vorsichtig. Auch hier nichts gewesen, ne? Miese Kiste. So, wie viel sind wir also? 43 Minuten erst. Oh. Oh. Hier können noch Karten drin sein. Dann wollen wir mal gucken. Was? Ob hier Pillen. Okay, Pillen sind auch okay. Stellt euch vor, hier ist eine 48-hour-Energy. Das ist schön, dass ich für immer sehen kann, aber ich habe schon alles gefunden, was ich finden will. Komm schon, Brudi. Zahl aus. Gib mir was Cooles. Was Cooles, sagte ich. Aber egal. Ab zu Kill, 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 Kill. Das sollte ich so nicht betonen. hier ist nichts mehr mit zwei kann ja nicht hallo du da immerhin kavin sehr gut so dann lass uns mal hier gucken ja ja ist so jemand hey hey wovon ich sehe doch nicht hilfe mom ich werde von dingen getroffen die ich nicht sehe das mag ich nicht wui gracias Ow, 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 ow. Oh, mommy. Yeah. Oh, oh. Oh, 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 oh. Es gibt nur ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob ich mit der Dead Cat, ob das dann, äh, ob ich dann, äh, uh, ob ich dann, wird zuerst Earthwide aktiviert. Nein, 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 nein. Nein, ich werde bekloppt, ey. Oh, oh. Das ist mies jetzt. Das ist kacki. Das ist richtig kacki. Willkommen bei... ok ok nee jetzt nicht ich habe keine zeit ich kämpfe gegen jemals ich weiß nicht mal was es sein soll kann man das irgendjemand sagen gibt es eine lore nein nein ok ich brauche da lagen noch kamen können die karten irgendwas kannst du mir einmal bitte nein kein magic mushroom schade was waren da oben links ach das war der wet kina ja 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 all righty ist schwierig 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 genau ich wollte noch gucken was die karten da unten machen ich muss nur aufpassen deswegen deswegen gehe ich so ich habe nochmal sicher Du was sollst, oder? Ich merke gerade, die Ranges ist einfach doof, keine Kraftausdrücke, mein Freund. Okay, jetzt. Das war ja dumm. Komm, genau, sehr gut, sehr gut. Ich geb's auf. Lass doch mal das Schuh in hier. Okay. 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 Was? Nein. Lass das. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Motti. Nein, es war keine Aufforderung. Ui. 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 Alter. ich habe ein herzinfarkt oder zwei wovon jetzt ist nur noch aktives mobbing hier so es tut mir so leid ich habe mir so viel mühe gegeben das aussieht gut daran aber ich lade es trotzdem hoch fand ich gut nicht gut aber bis dahin ich danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal und ciao